Hallo, ich bin Beate und ich begrüße Dich ganz herzlich zum Tier-Talk-Podcast. Liebe verbindet, das ist mein Motto. Und wenn Du Dich und Dein Tier besser verstehen möchtest, dann bist Du hier ganz genau richtig. Ich freue mich jetzt auf unsere gemeinsame Reise und auf die Zeit mit Dir. Hallihallo und einen wunderschönen Tag wünsche ich Dir. Heute möchte ich mit Dir darüber sprechen, warum es für so viele von uns schwer ist, Hilfe anzunehmen oder auch sich helfen zu lassen, sich Unterstützung zu holen. Ich habe mich schon so oft gefragt, warum man immer denkt, dass man alles selber schaffen muss. Und ich möchte mit Dir heute über dieses Thema reden, weil ich einfach in meinem Umfeld sehe, dass so viele Menschen nicht happy sind, nicht glücklich sind, sich nicht wohlfühlen, mehr Erfolg möchten, mehr Geld möchten. Und man ist dann immer zu einem gewissen Grad bereit, sich zu informieren. Und das war es dann aber auch schon. Ich glaube, dass in uns ganz oft der falsche Gedanke da ist, dass wenn wir uns informieren, dass sich dann auch das Leben schon verändert. Ich selber bin auch lange Zeit jemand gewesen, der sich gedacht hat, ich schaffe das ganz alleine. Ich brauche niemanden, der mich unterstützt, weil der kostet ja auch Geld und so viele Umsätze mache ich ja nicht und dann muss ich da ja was abgeben. Oder wenn es auch darum ging, mal tatsächlich richtig aufzudrehen und sich wirklich professionelle Unterstützung zu leisten, wo es dann auch in die Tausende ging zu investieren, da habe ich immer Angst gehabt, dass das Geld, das ich da investiere, dass mir das nichts bringt oder dass ich das nicht wieder zurückbekomme. Und ich weiß immer, ich weiß genau meine Gedankengänge, die ich da immer verspürt habe. Oh Gott, hoffentlich kommt das Geld ganz schnell wieder rein. Oh mein Gott, ich brauche das ja eigentlich. Und ich bin aber überhaupt nie auf die Idee gekommen. Was heißt, die Idee war schon da, weil ich habe mir das gar nicht erlaubt, mal eventuell auf der Bank nachzufragen und zu sagen, hey, ich hätte hier eine coole Möglichkeit, mein Business auf die nächste Stufe zu heben. Könnt ihr mich unterstützen? Ich habe mir das nicht erlaubt. Und ich habe jetzt ein Business-Beispiel gesagt oder euch darüber erzählt, aber letztendlich geht es ja um so viele Dinge, auch wenn wir zum Beispiel mit unseren Tieren irgendwelche Probleme haben, wenn wir nicht weiter wissen, dann doktern wir so oft selber rum, wir versuchen alles Mögliche und wir fragen tatsächlich Hinz und Kunz, ob der was weiß, ob jener was weiß, dann fragt man die Freundin und jene Freundin und jeder gibt vielleicht irgendwie so ein Halbwissen von sich, anstatt dass man einfach mal überlegt, hey, was ist denn eigentlich das Problem? Okay, der Hund zieht an der Leine. Ja, hole ich mir einen Fachmann, der möglicherweise weiß, was man da tut. Also das ist so dieses, ich möchte zwar wissen, wie es geht, aber ich bin überhaupt nicht bereit zu investieren, weil ich kann mir das ja auch selber beibringen. Aber mal ganz ehrlich, wie viele von euch haben das am Ende tatsächlich dahin geschafft, wo du hinkommen wolltest, ohne dass du dir tatsächlich professionelle Hilfe geholt hast, also jemanden, der tatsächlich ein Experte ist. Wenn ich so zurückblicke, dann haben meine Versuche, die ich mir so ausgedacht habe oder die ich mir irgendwo angelesen habe oder die ich vielleicht irgendwo aufgesaugt habe in irgendeinem kostenlosen Webinar oder sonstigem, ja, das hat mich vielleicht ein kleiner Schritt nach vorne gebracht, aber letztendlich zum Ziel, zum richtigen Ziel, bin ich dadurch eigentlich nie gekommen, wenn ich so überlege. Und ich frage mich wirklich in letzter Zeit total oft, wieso wir Menschen zwar alles mögliche Geld für XY ausgeben, wir kaufen ein neues Auto, wenn wir ein neues Auto brauchen, wir kaufen eine neue Waschmaschine, wenn die alte kaputt ist, wir kaufen einen Trockner, wenn der Trockner kaputt ist, wir kaufen eine Spülmaschine, wenn die Spülmaschine kaputt ist, wir kaufen einen Kühlschrank, wenn der Kühlschrank kaputt ist oder einen Fernseher, so ging es mir zum Beispiel letztes Jahr, erst ist der Fernseher kaputt gegangen und zur gleichen Zeit auch der Kühlschrank, wobei ich sagen muss, unser Kühlschrank hat wirklich sehr gute Dienste geleistet, weil der war 22 Jahre alt und hat echt bis zum Ende super funktioniert und da habe ich nicht lange überlegt, ob man jetzt eine Investition macht und sich einen neuen Kühlschrank holt. Und das tut man auch nicht, wenn man jetzt gerade sagt, okay, ich habe das Geld zwar nicht so rumliegen, aber trotzdem wirst du ins Geschäft gehen und wirst du so schnell wie möglich einen neuen Kühlschrank holen. Und in meinem Fall habe ich mir dann gedacht, was habe ich da jahrelang rumgeeiert und war mir nicht wert, in mein Geschäft, in mein Business Geld zu investieren, um einen Profi an meine Seite zu holen oder jemand, von dem ich das Gefühl hatte, der könnte mich jetzt weiterbringen. Immer wenn ich so ein Gefühl hatte, habe ich es am Ende bleiben gelassen. Ich habe es nicht getan, weil ich echt Angst hatte, dass das nicht zurückkommt. Da ich ja in den letzten Jahren mich mit Bewusstseinsarbeit ganz vermehrt beschäftige und auch wirklich sehr viel aus meinem Feld gekliert habe, was mit dem Thema Geld zu tun hat, also all meine Glaubenssätze, alles, was ich mir nicht erlaube, erlauben auch Hilfe anzunehmen, also überall da, wo ich mir das nicht erlaube, Hilfe anzunehmen oder auch Geld anzunehmen. Da habe ich wirklich, wirklich, wirklich tiefgreifendste Arbeit betrieben. Ich habe unglaublich viel gekliert und aufgeräumt. Ich richte mich jeden Tag aus in die Richtung, in die ich gehen möchte. Ich richte mich auf die Ziele aus. Ich richte aber auch meinen Verstand danach aus. Und ich trainiere tatsächlich jeden Tag, um eben besser darin zu werden. Und seitdem ich das getan habe, ist es mir nach und nach immer leichter gefallen, auch Investitionen zu tätigen oder auch in Bezug auf Geld andere Ansichten zu kriegen. Und ich möchte dir einfach diesbezüglich sagen, dass sich dadurch so vieles verändert hat. Also als ich mir wirklich dann mal erlaubt habe, einen Coach an meine Seite zu holen, der mich unterstützt in meinen Prozessen, die mit meinem Geschäft zum Beispiel zu tun haben, war nicht ein einziges Mal der Gedanke, oh Gott, hoffentlich kriege ich das Geld wieder. Und das hat sich echt verzehnfacht, was ich da eingesetzt habe. Und deswegen bin ich da mittlerweile wirklich an einem Punkt, wo ich sage, okay, das ist für mich keine Ausgabe. Ich hole mir Hilfe, wenn ich nicht weiter weiß, sondern ich investiere. Denn in Alltäglichkeiten wie einen Kühlschrank, einen Fernseher oder eine Waschmaschine würde ich auch investieren, weil ich einfach keinen Bock habe, mich da hinzustellen und alles per Hand zu waschen oder, ja, oder keine Ahnung, einen Kühlschrank oder die Nahrung in der Erde einzubuddeln, damit die kalt bleibt. Also, das macht doch niemand. Und ich möchte dich einfach mal ein bisschen dafür sensibilisieren, dass wenn du ein Problem hast, zum Beispiel mit deinem Tier, dass du dann einfach nicht da ein bisschen und dann vielleicht noch ein Buch oder Sonstiges, sondern dass du vielleicht wirklich mal dir einen Experten suchst und mal schaust, okay, was wäre denn jetzt der richtige Weg? Ist eine Tierkommunikation der richtige Weg? Oder ist ein Hundetrainer oder ein Pferdetrainer oder was auch ich, ein Physiotherapeut, ist das der richtige Weg? Und dir dann einfach einen Experten holst und nicht wieder hin zum Kunst da dran lässt und drum experimentierst, sondern dass du halt wirklich mal schaust, okay, wer ist ein Profi auf dem Gebiet? Und dafür möchte ich dich sensibilisieren, weil ich dir sagen kann, dass du dadurch etwas gewinnst. Du gewinnst zum allerersten, gerade wenn es um dein Tier geht, ganz viel Ruhe und Sicherheit für dich, für dein Tier. Du weißt Antworten, die du vielleicht vorher nicht gewusst hast. Du siehst Veränderungen ziemlich schnell. Und wenn es jetzt auch um deine Selbstständigkeit geht, weil du selbstständig bist oder so, dann zeigt sich dadurch eine unglaubliche Zeitersparnis. Du musst dir nicht mehr alles anschauen, was da im Netz kostenlos angeboten wird. Du musst nicht ständig irgendein Buch lesen, wo du dann selbst nicht in die Umsetzung kommst, weil du gar nicht weißt, wo du eigentlich jetzt anfangen sollst. All das kannst du dir ersparen, wenn du es dir wirklich mal wert bist, zu sagen, hey, ich hole mir Hilfe oder ich hole mir einen Fachmann, jemanden, der mir wirklich weiterhelfen kann. Und auch wenn wir jetzt hier zum Beispiel über dieses Bewusstseinsgeschichte reden, über diese Weiterentwicklung, über diese Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe in den letzten Jahren da wirklich unglaublich viele Kurse besucht und das auch umgesetzt, das trainiert. Und mein Leben hat sich dadurch wirklich extremst zum Positiven verändert. Ich habe es ja schon öfter mal gesagt, gerade wenn es um das Thema Geld geht, also da bin ich ja in den letzten zweieinhalb Jahren, habe ich da einen Wachstumssprung hingelegt, den ich in den letzten 20 Jahren vorher nicht hingelegt habe, obwohl ich da schon auch immer um das gleiche Thema sich alles gedreht hat. Und wenn es dir auch so geht, wenn du da auch Stellschrauben hast, wo du dir denkst, mein Gott, ich würde mir es eigentlich schon gerne erlauben, aber ich traue mich halt einfach nicht, weil ich Angst habe, dass ich alles verliere oder weil ich Angst habe, dass am Schluss nichts dabei rumkommt, dann lade ich dich dazu ein, dass du dir auch hier jemanden suchst, der dich dabei unterstützt, der dir das beibringt und das nicht nur in einem kostenlosen Workshop oder auch nicht in einem Buch, sondern sodass du halt wirklich in die Umsetzung kommst, ins Tun. Und da braucht es einfach, glaube ich, Menschen, die einen ein Stück weit an die Hand nehmen und die einfach auch schauen, wo eigentlich die Blockade sitzt, wo die Limitierung ist, wo die herkommt, um diese dann aus dem Feld herauszuräumen, so dass du einfach den Blick nicht mehr auf das richtest, was du nicht hast oder was du nicht kannst, sondern dass du einfach geschult wirst, deinen Blick dahin zu lenken, was möglich ist. Und ich glaube, das fehlt den allermeisten Menschen. Und mir tut das total leid, gerade wenn es um das Thema Geld geht. Da weiß ich oder spüre ich einfach auch, dass so viele da total eng sind, dass so viele da total im Mangel sind, so wie alle jetzt mega sparen wegen Strom und Gas. Ich habe es mir anders kreiert. Ich kriege Rückzahlungen, obwohl alles teurer geworden ist. Finde ich spannend. Aber warum? Weil ich meinen Fokus nicht auf den Mangel lege, sondern auf die Fülle. Weil ich meinen Fokus darauf hinlege, was ich will, wo ich hin möchte, weil ich mich für Möglichkeiten öffne und nicht in der Angst verweile. Und ich glaube, das ist echt ein guter Aspekt oder ein guter Gedanke, den es vielleicht auch ein Stück weit mehr zu verfolgen gilt. Und wenn du jetzt ein Thema hast mit deinem Tier oder wenn du vielleicht auch selbstständig bist in einem Beruf und einfach nicht so wirklich, wenn einfach alles nicht so richtig klappt. Und ich meine, in unseren Programmen, die ich zum Beispiel mit meiner Freundin und Kollegin Eri Trostl mache, da geht es jetzt nicht darum, dass wir dir Positionierung beibringen, aber es geht darum, dass wir dir zeigen, wie du Möglichkeiten erschaffen kannst und wie du Geld vielleicht auf andere Weise kreieren kannst, die du jetzt gar nicht kennst, die du dir auch nicht traust, sodass du dich auch für diese Möglichkeiten öffnest. Oder wenn du einen Körper hast, mit dem du nicht im Frieden bist, weil du vielleicht zu viel, ja, weil dein Körper zu schwer ist, weil du dir einen anderen Körper wünschst, weil du vielleicht Schmerzen in deinem Körper hast, wo du sagst, boah, krass, jeden Tag, wenn ich aufstehe, tut mir irgendwas anderes weh. Sodass du einfach lernst, auch da deinen Fokus auf das Positive zu richten bzw. Mittel und Wege an die Hand bekommst, tatsächlich auch deinen physischen Körper zu reinigen, zu entgiften, umzustellen, zu bewegen, um dann auch wirklich langfristig Veränderungen herbeizuführen. Und gerade wenn es um den Körper geht, da gibt es ja auch so viele Schmussachen da draußen auf der Welt. Nimm das Mittelchen oder dieses Mittelchen und dann nimmst du ab und dann versprechen die Leute hunderttausend verschiedene Sachen. Aber ist halt einfach nicht so. Aber es gibt einfach auch Experten, die Ahnung haben von dem, was sie von sich geben, weil sie es tatsächlich gelernt haben oder weil sie seit 20 Jahren Erfahrung in diesem Bereich haben. So wie meine Eri zum Beispiel. Die macht seit über 20 Jahren nichts anderes als den Körper. Die kennt sich mit Ernährung aus, die kennt sich mit Entgiftung aus. Die weiß, wie der Körper reagieren kann und was man dann tut. Und das nicht auf zwei Wochen, sondern auf drei Monate. Also sodass sich halt auch wirklich was verändert in deinem Körper. Weißt du, ich finde es immer total spannend. Wir wollen immer sofort, wir hadern mit Situationen oft jahrelang. Und dann, wenn wir endlich uns dazu entschieden haben, Dinge verändern zu wollen, dann passiert Folgendes, wir möchten innerhalb von ein paar Tagen das Endergebnis haben. Aber so funktioniert es halt leider nicht. Leider. Ja, also ich würde es mir auch manchmal anders wünschen, aber es ist halt leider nicht so. Und was bedeutet es im Umkehrschluss? Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir einfach anfangen dürfen, dass wir das, was im Leben vielleicht nicht so ist, wie wir es gerne möchten, uns wirklich verändern wollen, dass wir nicht mehr rumeiern und uns nicht mehr irgendwie bloß berieseln lassen oder irgendein Buch nehmen, sondern dass wir wirklich mal schauen, hey, welcher Mensch kann mir jetzt helfen, dass ich mein Ziel erreiche und dann auch mal bereit sein, da vielleicht ein paar tausend Euro auszugeben. Und, oh Gott, wenn dein Kopf jetzt sagt, oh Gott, ich gebe doch für sowas nicht ein paar tausend Euro aus, dann möchte ich dich nochmal daran erinnern, wenn deine Waschmaschine kaputt ist, dein Kühlschrank kaputt ist oder auch deine Spülmaschine kaputt ist, du würdest alles sofort kaufen. Und ich finde es traurig, dass gerade wenn es um uns selber geht, dass wir da oft so angstvoll sind und uns das nicht wert sind, dass wir uns Hilfe holen, auch nicht für unsere Tiere, auch nicht für uns selber. Das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Und ich kann dir wirklich aus meiner Erfahrung sagen, dass sich das bei mir zumindest bis jetzt immer ausgezahlt hat, dass ich immer etwas davon hatte und dass sich dadurch auch mein Weg verkürzt hat und ich schneller am Ziel gewesen bin, als wenn ich es selber ausprobiert habe. Das hat sich ja die letzten, keine Ahnung, seit ich mich mit Spiritualität beschäftige, hat sich das ja immer wieder gezeigt, dass immer, wenn ich gedacht habe, okay, ja, das schaffe ich alleine, das kann ich alleine oder so, dann hat das echt ewig gedauert, bis sich überhaupt mal ein bisschen was verändert hat. Und heute habe ich, ich habe mir schon ganz oft gedacht, das ist so schade, dass zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, dass ich da nicht dieses Bewusstsein und diese Denkweise gehabt habe. Weil ich denke mir oft, wo könnte ich heute stehen, wenn ich das schon seit über 20 Jahren anders gemacht hätte? Naja, wer weiß. Ich bin jetzt auch happy da, wo ich jetzt bin. Es ist auch alles gut und fein. Trotz alledem hätte ich mir vieles leichter machen können, wenn ich mir hin und wieder erlaubt hätte, Hilfe anzunehmen oder mich auch begleiten zu lassen. Und falls dich das Thema interessiert oder du auch sagst, hey Beate, ich habe da ein Thema und da würde ich gerne echt Hilfe in Anspruch nehmen, dann schreib mich an. Ich kann dir wirklich dabei helfen, gerade wenn es um das Thema Emotionen geht, Beziehungen, Körper und Geld. Und natürlich deine Tiere. Die möchte ich nicht vergessen. So, in diesem Sinne sage ich wieder Servus Bussi. Schön, dass es dich gibt. Und lass uns doch gemeinsam die Welt verändern. Das war Tier Talk von und mit Beate Siebauer, Tierkommunikatorin, Heilpraktikerin, Buchautorin und Coach. Wenn du mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtest, dann schau einfach in den Shownotes. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören.